Hallo Leute, Jonas CroftHP hier zu einem neuen Video hier in Adopt-Me. Ihr habt ja schon in meiner Story hoffentlich gesehen, damit ich Roblox Videos hochbringen werde. Wir sind auf jeden Fall hier gerade in Adopt-Me. Und nicht wundern, damit ich mich hier schon so gut auskenne. Ich habe selber das Spiel. Oh, ich muss noch schnell in die Mitte, mein Echo. Und wie viele Spieler sind denn hier? Auch Deutsche? Geht so. Ähm, dann brauchen wir... Okay. Ähm, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Like und ein Abo da. Ähm, ich kenne das... Oh, ne, gut, glaube ich, wir haben hier erwischt. Na, sorry. Ich weiß, wo ich das abhole. Wir probieren uns von Noob zu Wow in Adopt-Me zu machen halt. Also wir sind am Anfang noch hier in Noob. Seht ihr auch? Wir gucken mal, wie schnell wir hochkommen. Und hier steht jetzt nur Jonas Craft P. HP gab's nämlich schon. Und, ähm, ja. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt kurz wohin. Habe ich ein Fahrzeug wenigstens? Nee, jetzt muss man überall hinlaufen. Es ist ja richtig blöd. Soll ich... Soll ich mir schnell ein Fahrrad kaufen? Leute, ich glaube, ich kaufe mir schnell ein Fahrrad. Und dann müssen wir noch wohin. Ähm, ja. Let's go. Oh, du hast Hunger? Ich gebe dir gleich was zu essen. Oh, ich habe schon voll viel Geld. Eingesammelt. Ich später spiele auch auf meinem Hauptaccount. Also den Namen werde ich jetzt erstmal nicht verraten. Ich möchte nämlich nicht damit... damit... dann auch noch Leute, ähm... mir hinterherrennen. Es schickt, wenn ich hier mir hinterherrenne. Wo bin ich hier? Ich bin ja auch der hellste Typ. Ähm... Ich tue das erstmal weg. Also ich bin... Ich gucke mal, ob mir so Leute was geben. Packen natürlich auch mein Ding raus. Und ja, ich gehe mal gerade hier in den Autoshop. Und da kaufen wir uns mal schnell ein Fahrrad. Bei 75 Dollar. Ganz schön teuer. Ich glaube, ich kann mir sogar zwei kaufen. Aber egal. Ich kaufe mir erstmal nur eins. Hier 75. Ein schönes gelbes. Machen wir mal. Oh, ich brauche noch 5 Dollar. Dann kann ich mir noch eins kaufen. Aber, äh... Machen wir erstmal nicht. Ich probiere mich ja jetzt von Noob zu Bro hoch zu handeln. Ich zeige euch, wie das jetzt am besten geht. Ähm... Dann... Zuerst müssen... Wir werden wahrscheinlich in dieser Folge noch nicht so viel schaffen. Ich... Äh... Grüße gehen an meinen Bro raus. Namen bleibt unbekannt. Das möchte er nicht. Hm... Damit er draußen ist. Ähm... Ja. Ich würde aber mal sagen, ich fahre jetzt schnell dahin. Und viel Spaß beim Warten. Jetzt wie langsam fährt das denn? Ich kenne das nur noch mit so, äh... Wie dieses Raumschiff war, wie er es da heißt. Wow, jetzt packt alles rum. Und hier packt irgendwie alles rum. Alles klar. Da hinten sind wir auch schon. Ich kann euch auch zeigen. Ich habe hier drauf nichts. Ich kann... Ich habe hier auch kein Rob... Äh... Wow Bugs. Guck, ich kann es euch zeigen. Normalerweise kann ich jetzt hier schon mein Haus hin platzieren. Geht nicht. Muss uns kaufen. Das wäre cool, wenn bei jedem Account das gleiche hättest. Nur halt anderen Namen. Das wäre ganz echt geil. Wir feiern. Ähm... Hier müssen wir rein. Hallo? Oh, weil ich nur gestartet bin. Ich glaube, da muss ich mein Eck fertig haben. Aber ich will es jetzt. Weil dann glaubt mir das niemand mehr. Dann gehen wir mal in die Mitte erstmal. Dann kann ich noch nicht gleich los machen. Dann muss ich mir erstmal ein paar Pets besorgen. So, ich bin neu. Ähm... Please... Noob... Pets... So, please noob Pets... Da... Ich muss auch immer... Ich schreibe gleich nochmal. Please... Oh, jetzt habe ich falsch geschrieben. Sorry. Nochmal. Please... Noob... Pets... Please noob Pets... Ey, das ist echt ganz schön gierig. Ganz ehrlich. Ihr müsst mich einverstehen. Mach mal... Please... Noob Pets... Please noob Pets... Oh, eine erste Anfrage... Ernst? Please... Noob Pets... Please no Pets... Please no Pets... Noob Pets... Noob Pets... Oh, oh... Ich habe kein Geld... Noob Pets... Wenn nicht gehen wir gleich nochmal in eine andere Lobby... Ich mache das jetzt nur ein paar Mal... Okay, nächste Anfrage... Oh, oh... Oh, oh... Eine Ride B... Ich kann dir da leider nichts anbieten... Ich hatte nur das da... Ich hatte nur das da... Das macht die aber nicht... Nee... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Falls ich es nicht verstehe... Das bedeutet... Das werden aber wahrscheinlich die meisten wissen... Aber ich sage es mal... Das bedeutet... Bitte... Ähm... Kostenlose Pets... So in der Art... Please... Oh, wie viel Pets... Ich kann dir nichts geben... Oh, oh... Bitte, bitte, bitte... Bitte... Please... Ja, danke... Bitte... Danke... Willkommen in... The Game... Hello... So... Er weiß das Geld damit... Der im Video ist... Kein Deutsch... Du bist im Video... Echen Bruder... Dankeschön... Um... 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 größe genannt sich raus an dieser stelle roblox 1 roblox unterstrich 1 9 roblox 1 unterstrich 1 9 5 ist das danke ersten bruder und hier zum stand habe ich jetzt hier ein medox auf jeden fall wir gucken mal weiter ob wir mehr pets kriegen und der bruder hat sich auf jeden fall erst erst mal gefreut grüße genannt ich raus und ich hole jetzt wieder mal schüttel wissen alle ich habe im bett wir machen mal weiter der boy wie viel pets es bekommen muss ich eigentlich dadurch die lobby ist was ich mache youtube der rache zu bekommen jetzt rennt mir auch nicht dran die mir dein er oder ernst ach egal ich trage sie mal oh mein gott ich kann dir da leider nichts anbieten ich kann dir dass da habe ich habe nur so wenig sorry yeah um 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 da no please free pets please free pets oh here please free pets please free pets please free pets snow heute mach gerade eine wird das so geschrieben? challenge mache gerade eine challenge z z z z auf jeden fall ähm please free pets please free pets please 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 ach homie was du adopt me meinst das wird irgendwie geschrieben keine Ahnung aber es wird nicht geschrieben das weiß ich warte mal gibt es irgendein neues Update von dem ich was nicht erfahren habe ich kann nicht dann ich erfahre eigentlich von allem der äh please free pets roblox ich kann mal annehmen falls du Bock hast ich habe hier ein neuer deutscher freund ehrenbruder oh ein unicorn ich kann dir dafür nur das hier geben das hier hab ich und das hier mann das hier freu pet äh please free pet oh please free pet mach lieber so blick free pet blick free pet was was uh destro dre phrases easel glick er und über ich bin neu in der game wird das denn geschrieben wie hat er es denn geschrieben noch in der game keine Ahnung wie erst geschrieben wird ich glaube es wird so geschrieben ich weiß nicht was ich glaube ich meine andere dein ernst Dankeschön für das super nette Pad bist so ein Ehrenmann warte mal ich probiere jetzt mal von hier von der Ochs ein besseres Pad zu kriegen ich probiere mal von bitteschön von das was besseres rauszuziehen weil die Ochs nein ah die Träden gerade Upsi vielleicht habe ich da ein paar falsche Würste es ist schon peinlich wenn du sowas reinlegst das werde ich zwar jetzt nicht machen soll ich mal den verarschen obwohl er so geiler warte mal ich stellte ihn jetzt an kann der Müll dafür ein besseres Pad geben das ist so geil wenn der Müll jetzt ein besseres Pad oh 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 so ah nein nein ich will mit den Träden ich akzeptiere leider den so was willst du reinlegen äh Leute ist das ein guter Tweet ich meine schon oder dein Ernst ich hab doch sonst nix im Ernst guck mal mein Inventar an ich hab nur dem sein Zeug ich hab nur dem sein Zeug ich hab nur dem sein Zeug guck mal bester Tweet gell na klar das will ich auch ablehnen ey jetzt Leute wir machen jetzt noch ein zwei Trades und das war's dann ich hoffe euch hat das Video gefallen lasst auf jeden Fall wie immer ein Like und ein Abo da wenn ihr mehr von Jonas Korf HP sehen wollt hier ist jetzt nur P so wer es auch erstmal bleiben ein da kann halt was richtig schlechtes rauskommen oder was gut wird sich nicht lohnen und sich nicht kaum noch einen Trades will ich für mich jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen der hat doch bestimmt noch andere Pets du bist der letzte glaub ich in dem Video oh sorry ich hab add please schreib ich mal add please add please hab ich erstmal geschrieben ich kann halt nicht warte 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 ich wollte jetzt ablehnen ich kann dir nur das beides geben ich bin leider nicht so ein Pro kochen and no o 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 das ist noch ein butterprodukt auflegen bitte ich hab nicht mehr zum breiten können wir uns auf jeden fall noch nett handeln oder das wäre cool der trade ich würde mal sagen tschau leute wenn es wieder heißt jonas kraft hp ist am start kommt hier ein neues video wahrscheinlich morgen oder so und ja ich würde mal sagen tschau leute haut rein ich mache hier jetzt nichts mehr verlässt jetzt auch einfach und bis zum nächsten video und es kommen auch nicht immer so lange videos also das weiß einmal da werden auch mal kürzere kommen aber tschau leute wartet kurz leute nein ich kann nicht stoppen lassen like und abo da